Hallöchen und herzlich Willkommen hier bei LEGO Harry Potter Jahr 5 bis 8 und ja und wir sind jetzt bei 7.1. Hallo, ich sage ja extra 8, weil es hier nämlich 8 Teile sind. So ähm ja und so ist auch da. Ja, ähm, Kinder in Gefahr haben wir schon. Drei Hauser haben wir schon. Ja, einer fehlt noch, aber drei Charaktere müssen wir ja noch besorgen, ne. Dann wollen wir mal in die 7 Herrits rein schlüpfen, ne. Genau. Was? Sprichst du unter dich? Ich wollte eigentlich Klick machen. Klick? Ja. Hast du Klick gemacht? Ich habe Bumm gemacht. Äh, ich meine, ähm. Sprichst du dunkel oder soll ich dunkel nehmen? Weiß nicht, wenn du möchtest, was du mir sagen, denn. Oh, ich wollte die gerade nehmen, da mit der Krone. Die da. Habe ich ja noch nicht genommen. Ich mag Krone. Ich nehme Krone. Dann nehme ich dunkel. So. Achso, ich habe doch X gedrückt. Ja, zweimal. Hab ich doch. Achja, du, dann drücken, das kennt man, ne. Ich kneif dich. Du kannst auf Klo drücken, ja, aber. Ach, doch. Äh, oh. Äh, ja. Das müsste alles auf der Tasse liegen. Hm, hm. Hm. Hm? 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 Oh, guck mal, sehe ich nicht schön aus? Hehe. Hier kleine Prinzessin. Hehe. Das schläft aber auch nicht mehr weiter. Hm. So. Bist du frech? Äh. So. Äh. So. Kann man das Bild hier ran, bitte? So. Hallo? Hm, noch nicht. Äh. 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 Ja, dann machen wir waschen Suppen, Kasper. Habe ich. Hallo? So. Äh. Bäh, bäh, bäh. Bäh, 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 bamm. Okay, anstrinken. So, äh, leuchtet ihr was auf, was uns fehlt oder sowas? Nein. Sicher? Ja. Klingt bombastisch sicher? Ja. So, ähm, hier draußen, das hat mir ja schon alles gemacht, ne? Ja. Ja, genau, das hat mir, äh, so ein Level schon gemacht gehabt, da waren wir ja, ich glaube, da hatte ich spielende Macke oder sowas. Ja, wenn wir mal hier in den Schülern gefahren sind, ne, dann konnte ich mich erinnern und Hausraten hat mich auch gefunden hier. Genau. Ja, dann muss man mit dem Rollstuhl hier durchgehen, fahren durch den Rasen, ja, ja. Äh, hatten wir auch alles, äh, schön angesagt, wie man die Sachen hier bekommt. Ja. Ja. Also, hier, jetzt wird uns lange Zeit, also hier fehlt uns nichts. Also können wir auch wieder gehen. Und wieder rein spazieren in die Hütte. So, natürlich nicht außenrum, sondern rein. So. Okay. So, und dann sauf ich mal, ne? Na, trink mal. Äh, ich hab nicht probiert, nach oben zu gehen. Das ist natürlich scheiße. Oh, das wurde mit einer Zeit oder so. Oh, das wurde mit einer Zeit. Also. Oh, nein. Oh, nein. Ach ja. Bei Hagrid auch ist versehen... Oh je, hier wird was angezeigt. Hier wird ein Charakter angezeigt. So. Ein Hauswappen wird ja auch angezeigt. Yep. Soll ich mir den Müll immer wieder machen? Ja, soll ich gießen. So, okay. Oh, Bitch. Soll ich ihn hier gießen bitte schön? Scheiße, geht doch ja nicht. Oh, hier weg hier, du Pisskammer. Na na na. Ach, warte mal, ich brauche einen Grabe verlegen. Äh, Hermine. Ja, Hermine ist auch wunderbar. So, nehme ich mal den Grabe. Ich habe einen Schlüssel. So. Ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Soll man hier mal sagen, wo ich einen Schlüssel brauche? Äh, nein. Warum? Warum darf ich schon bereitzig kommen nachher? Äh, ich habe ein Problem. Ich muss hier irgendwas reinsetzen. Und ich weiß aber nicht was. Ähm, und ich weiß momentan auch nicht, was ich hier machen soll. Damit ich hier, äh, einen Charakter bekomme. Ja, ich versuche das Hauswappen zu bekommen. Geil, ne? Äh, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Achso, warte mal, warte mal. Ja, ich glaube ich weiß nicht. Aber leider ist es so. 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 Oh nein. Ich habe meinen Hauswappen bekommen. Hauswappenpulling, ja. Ach Quatsch, ja. Das Hauswappen ist fast nicht ein Besen samt Stiel. Boah. Würde nicht schmecken. Dass er auch nie dazu kommen wird, natürlich. Ähm. Ein Charakter. So. So. Hast du ihn runtergeholt? Wo ist denn Ron? Ich kann nichts machen. Das darf ich ja nicht. Da. Äh, ich brauche Rons Licht. Oh nein. Hast du vorher gegraben gehabt hier? Nein. Hä? Wo wird das sein können? Wo ist denn Rons Licht? Das Licht? Das habe ich schon gesehen. Ach, alles klar. Ich hab's. Hä? Glaub ich alles nicht. Ja. Ja komm, stell dich da hin. Oh, alter. So, stell die Karre da hin. So, danke. Vielen Hauswappen haben wir. Sehr schön. Aber ich finde immer noch nicht Rons Licht. Äh, ich hab's vor... Boah Gott. Moment. Ich hab's vor den Leuchten sehen. Moment. Äh. Äh. Hast du nicht schon weggeklaut hier? Nein. Hängt doch die zweite Leuchte. Ich hab das nicht. Bis gleich. Ich hab das Licht nicht. Was soll das mit Scherz werden hier? Ja, den hab ich auch schon ein paar Mal geschüttelt. Oh, das sind Glänze, aber was verdächtigt hier. Ja, ich weiß. Ich brauch Rons Licht. Ja, nicht mit Lundas Lampe hier. Warum krieg ich das Licht nicht? Das sind die Müllhaufen hier. Ja, das hab ich auch gerade versucht zu depotieren. Äh, ne. Scheiße, wie ist das? Zu depotieren. Oh, nee. Zufehlend ist kein anderes Wort. Oh, alter Hände. Bombardieren. Okay. Weiß ich nicht. Ist hier schon aufgestellt? Ja. Da hab ich doch die, äh, Karte gemackelt. Ach so. Alles klar. Gut. Da ist nicht wo zumindest. Warte mal, muss ich den Schlüssel, das wir da reinstecken. Okay. Was hat das jetzt gebracht? Ah. So, bitte. Licht. Ich krieg mein Licht. Ja. 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 Ich dachte, werfen wir den Schlüssel da rein, nachdem ich ja, ich wollte es nicht machen, bevor die Zwerge nicht da stehen. Äh. Okay. Okay. So. Und was bringt das jetzt das Ganze? So. Wollte ich gerade fragen. Und nun? Was hat das jetzt für den Sinn? Tja, nichts. Ein paar Stats. Mehr auch nicht. Okay. Weil, sonst hüllt er hier nichts mehr, ne? Nee. Ich sehe auch nichts mehr. Okay, dann lass uns einsteigen. Jum, 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 jum. Jetzt muss man aufpassen beim Fliegen, glaub ich. Kann das sein? Äh. Es war eigentlich nur ein Wesens fliegen, aber... ... hier ist passiert, glaub ich, automatisch. Äh. Äh. Später... Irgendwann fällt mir auf die Straße hin. Ich glaub jetzt. so, einer bleibt links, einer bleibt rechts so, ich bin, ich bin links du bist rechts, du bist auch links bleib rechts! ich kann nicht! du musst links bleiben ich war ja links rechts, du musst rechts bleiben, ich kann nur links bleiben ich bin ja Beifahrer das ist nur auf der linken Seite nee man hat ja nicht besonders viel bekommen nee okay muss ich auch nicht mehr stehen tue ich bin in der Verdacht, dass Membranenspiel nicht mehr so viel bekommt und das ist das ist das ist das ist wie Boah, ist das lächelig. Was ist das für eine Statsanzahl? Die haben gar keinen, äh, was ist denn das? Stimmt ja irgendwas nicht. Ist alles ausgeschaltet. Na super, dann brauchen wir uns ja nicht wundern. Ich hatte mich ja noch gefragt, ob alles an ist. War ja auch an, aber nach dem, ähm, Bonuslevel ist es anscheinend ausgeblieben. Wohin sollte ich gar nicht kontrolliert, beim ersten Mal, aber... So, was soll ich denn das alles an? Äh, okay. Ja. Okay. So, jetzt haben wir wieder 3840. Ich spinne, ey. So. Aber was war hier, äh, ja, hier musst du irgendwie... Du musst Ron ran. Okay, dann besorgen wir mal Ron. Hm. Ron. Da. So. Und ich brauche ein Licht. Und das Licht haben wir nicht da. Ja. Doch, das ist hier vorne. Hier, auf Fenster. Oh, altja. Ich hänge. So. Zack. Sonsten, hier hinten weiter oder so war nichts mehr oder was, ja? Äh, geht's gar nicht weiter. Ne, ich mache mich dank. Okay. Flupp. Äh, da muss Hermine ran. So. Jetzt haben wir schon mal ein paar Millionen. Jetzt haben wir schon mal... Äh, ein Flugzeug im Haus. Ja. Okay. Flugzeug im Haus. Äh. So. So, ich glaube jetzt... Hier ist nichts drin mehr, ne? Hier sind auch keine Pfeile. Gar nichts. Gut. Äh, was fehlt ihnen hier eigentlich? Ich habe keinen Blasten mehr. So, einen Charakter haben wir am Anfang geholt. Einen Haushoppen. Haushoppen haben wir komplett. Ja. Ich glaube zwei Charakter haben gefehlt. Tja. Was fehlt... Glauben ist Gewissen und nur Geraten. Und das Raten stehe ich mir als das schon ganz und gar nicht. So, hier ist noch ein Charakter. Hm. Äh. 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 Ich sehe nichts mehr. Ja. Ist doch nicht mein Problem. Ähm. Dann geh raus da. So, ähm. So, ähm. So, ähm. Aua. Ach, heiß. Ich lass mal ein paar Luftis hoch Geh doch weg Ich mag dich nicht Hab ich da hinten rein? Hab ich da hinten rein? Ne, damit kannst du nur da lang Ja, das weiß ich Mach das denn, du brauchst nicht lang gehen Kannst du mal dieses Geschenk hier weg machen? Ich kann gar nichts machen, weil ich gerade eine Wolke am Arsch kleben habe Oh, was soll ich? Ich könnte es jetzt natürlich machen, ja So Alter, geh weg Du benutzt einfach mein Portal Äh, ja Hab ich gerade entschlossen Das ist sowas von gemein Vielleicht nicht da beschlossen Mein Portal benutzt du einfach Ja Hier war einfach danach Äh, sauber, so Jetzt will ich mich tief machen hier Okay So Runden in Hochzeit Okay, da gab es eine Menge in Hochzeit, die einen zusammen Geht weg So So Den Charakter haben wir auf jeden Fall Ja Schon mal sehr lobenswert So, ähm Ähm Oh Ja Ja Ähm Kann nochmal jemand rauskommen? Nee, brauchst du nicht Ja Also Mach ich doch Hermine im roten Kleid Ähh Geh doch weg Jetzt benutze ich Hermine im roten Kleid, wie geht das? Weil hab ich gerade jetzt eingesammelt Ja Ich hab jetzt gerade eine Hermine im roten Kleid, hab ich gerade aber jetzt eingesammelt Ja Ich hab jetzt gerade eine Hermine im roten Kleid, hab ich gerade aber jetzt eingesammelt Äh Äh Mensch Wie sieht's hier aus? So So Äh Ja, ja, ist gut Äh Äh Geh weg So Wunde löschen So, ich wurde hier schonmal, ja? Jo Äh Äh Okay, das muss ich voll machen So Jetzt brauche ich erstmal wieder Ronstlicht Das ist ein Ronstlicht Ja, und ich hab den Weg schon mal freigemacht Ähm Also hier hinten ist es nicht Damit du da schon mal äh lichten kannst Ah Äh Ja, äh Ich hab nichts dafür, wenn der Briefkasten hier im Weg steht Du musst doch warten bis ich weg bin Äh Ich glaube nicht So Äh So Ich hoffe, dass wir alles hatten Ja Haben wohl nichts mehr in der Zeit Äh Haus shoppen Jo So Sehr schön Ähm Mit einem Moody Haben wir Ron Hochzeit Jetzt haben wir ja drei Charaktere gefehlt Und Herminen Hochzeit Oh Ne, rotes Kleid Okay Ähm Schülern Gefahr weiß ich jetzt nicht Ähm Man mäht sich hier leider nichts mehr So Goldene Stine gibt es natürlich auch Ähm Ähm Okay Ein Äh Wir haben alle drei Charaktere Ähm Haus shoppen haben wir komplett Und wir kriegen nur einen goldenen Stein Ähm Okay Ist ein bisschen Hat man für irgendwas die Charaktere keinen goldenen Stein bekommen? Weiß ich nicht Sieben eins Sieben eins Bitte einmal da hinten Und einmal da links Ja Wir haben alles Schülern Gefahr haben wir Äh Charaktere haben wir alle Haus shoppen haben wir alle Äh alles sauber Alles prima Alles schicko micko So Sieben Zwei Uh Ja fehlen dann drei Haus wappen Schülern Gefahr Und zwei Charaktere Magie ist Macht Ja Okay Ja Dann werden wir mal sehen Möge die Macht mit euch sein Wenn ihr beim nächsten Mal einschalten tut So Dann Genau Auf Level 7 2 Okay Tschüss sagt eure Sonny Und Und Liken bitte nicht vergessen Genau Und Tinkerbell natürlich Tschau 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 Tschau